Moin Leute und damit ein gepflegtes Willkommen hier zu Minecraft und ja, letzte Folge war ja ein bisschen kritisch hier oben und naja, folgende Frage an euch habe ich und zwar, die Grafik spinnt ein bisschen rum hier in dem Spiel bzw. mit dem Aufnahmeprogramm, es ist ein bisschen sehr verpixelt, habe ich gesehen. Ich habe ein bisschen dran rumgespielt an der Bitrate, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß nicht warum, falls sich jemand damit auskennt, bitte melden, das wäre echt cool. Ja, was war letzte Folge? Wir haben angefangen hier den Weg zu bauen. Oh, eine Duschhaube hat er auf oder was? Wir haben angefangen den Weg zu bauen, weil wir ein Gewächshaus bauen wollen. Ja, es kamen ein paar Vorschläge von wegen, ich sollte noch einen Berg abbauen. Das ist sehr gut sogar, das ist eine gute Entscheidung. Nur, ich habe jetzt letzte Folge mal irgendwann was gesehen. Und zwar war es das Nein, das war nicht gut. Was machen die denn für Geräusche? Tja. Glück gehabt. Nee, und zwar hatte ich was gesehen. Komm. In die Sonne und dann hat sich der Bums. Wieso geht denn der nicht drauf? Ah, jetzt. Nee, folgendermaßen Ach, die können gar nicht mehr schießen jetzt. Das ist ja cool. Ah ja, jetzt geht es auch schneller, wenn man ein bisschen wartet mit dem Schlagen. Danke. Oh. Ah! Alter, das gibt es nicht. Folgendermaßen äh, hatte ich nämlich hier gesehen dass hier keine Fackeln sind am Haus hinten. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Oh nein. Obwohl ich glaube wir hatten das extra nicht gemacht, ne? Weil das dann zu viel war, oder? Wie war das? Irgendwie Nee, doch. Hier draußen sind ja auch welche. Nee, es passt. Da ist er. Mann! Aber so trifft er mich nicht. Hoffe ich. Ich höre ihn. Ich sterbe gleich nochmal. Jetzt komme ich hier nicht rein. Wir müssen echt was essen. Das geht so nicht. Wieso habe ich hier eigentlich Ah, doch, habe ich. Ich habe einen Cape. Ich wollte gerade sagen. Ähm Ja, aber Essen haben wir nicht. Das ist das Problem. Wieso haben wir den TNT? Ach, genau. Dieser eine Wüstentempel. Genau. So. Wir Ja, jetzt habe ich noch ein Problem. Ich, ähm Wie hatten wir denn das Gewächshaus? Da bin ich gerade total überfragt. Ich, ähm Muss mal gerade auf YouTube gucken. Ich muss mir mal echt eine alte Folge gerade angucken, weil das geht gar nicht. Also, ich möchte das unbedingt wieder so haben, weil das war eigentlich relativ gut. Aber wir mal gerade gucken hier. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ihr doch nicht. Ähm Und zwar Gucken wir uns das mal an. Ich mache auch den Ton aus. Sonst hört man mich ja nochmal doppelt. Oder die Werbung. Ne. So. Auf jeden Fall Vielleicht Machen wir Wir können ja sowieso erstmal Stein hacken. Da wir aber hier keinen Berg haben. Außer den hier vorne. Aber ich glaube mal nicht, dass der weg muss. Vorerst Also könnten wir theoretisch machen. Wir machen uns gerade eine Spitzhacke und gehen mal kurz Steine holen. In der Zwischenzeit gucke ich mal, wie wir das gebaut hatten. So, 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 wie viel machen wir? Machen wir mal zwei, ne? So. Ich gucke mir das Ganze mal gerade an. Wie der ganze Booms da aussieht. Ja, also es ist ein bisschen unübersichtlich gerade, also ich gucke da gerade noch nicht so durch Achso, der Eingang irgendwie passt da was nicht Was haben wir denn jetzt hier, Bruchstein oder Stein? Bruchstein hatten wir benutzt, ne? Da war gerade was Na, zeig ich es doch Okay Also hatten wir hier doch vier Aber das kann ich mir nicht vorstellen Nein, 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 nein Das kann auch nicht sein Das Kann definitiv nicht sein Eins, zwei, drei Hatten wir zum Laufen Das kann schon eher sein So, und dann Kommt nämlich Hier was hin Und da was hin Und dann hatten wir nämlich hier ne Treppe Und da ne Treppe Und hier hatten wir die Bruchsteine So, das kommt schon eher hin So Also kommt's hier mal weg hier wieder So Und dann Wer hat man das denn gemacht? Ich weiß gerade nicht, wie hoch es war Ich schätze mal Ja doch, das kommt hin Ach, scheiße Sorry So Das kommt nämlich gut hin Ja, das kommt gut hin So, haben wir hier noch die Platten Ja sicher So, dann haben wir nämlich jetzt hier sowas Und oben hatten wir Warten wir die Das passt so Und dann war das so Also es müsste Jetzt brauchen wir mal ganz kurz Glas Ich muss hier Eins, zwei, drei Hm Das verstehe ich gerade wiederum nicht Müssen wir mal ganz kurz runter Kurz ein bisschen Sand holen Das wäre auf jeden Fall mal cool Sand, Sand, Sand Ach, haben wir sogar noch ein bisschen Ja Und zwar passt mir da was nicht Müssen wir mal ganz kurz gucken Hier auch nochmal gucken Aber das ist die Schmiede Jetzt da haben wir es So, und zwar Ähm Ja, das wird ja hier der Weg Das ist ja nicht die Frage Kann man hier nochmal Kies dabei Jawohl Das kann man dann schon mal aushöhlen So Und ich meine Das wäre aber noch einen höher gewesen Also 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 eins Passt mir nicht Weil Weil die Glasscheiben hier Das ist das Problem Äh Die Glasscheiben Die Wenn ich die jetzt hier Dran machen würde Also ich zeige euch das kurz Dann haben wir das Problem Da oben ist eine Öffnung Dann seht ihr ja selber So, ich weiß aber Dass wir drei übereinander hatten Eins Zwei Drei Und dass es da schon angedockt ist Ah Moment Aber hatten wir Wir hatten Nein, daran kann ich mich nicht daran erinnern Also ich sehe es gerade im Video Dass es wirklich so war Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern Dass es wirklich so war Was ich da jetzt gerade meine Wir gehen jetzt gerade mal schlafen Weil ich kaum noch Leben habe Äh Dass da drüber Dicke Steine kommen Also nicht die flachen Und ich habe wirklich in Erinnerung Dass wir die halben genommen haben Zumindest für das Dach Das weiß ich noch garantiert Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt Ähm Also wisst ihr wie ich das meine? Ich zeige das mal ganz kurz Und zwar so Ach der Baum muss hier weg Na ganz toll Aber ich kann mich nicht daran erinnern Dass es so war Weil es einfach übelst eckig ist So auf jeden Fall weiß ich Wir sind hier rein Ich weiß nicht mehr Über wie viele Felder es ging 1, 2, 3, 4, 5 Glaube ich Also 1, 2, 3, 4, 5 Man muss hier Der Grundriss Kann das sein? Oh das fehlt ein dickes Ding wieder Aber ob das sein kann Das ist eine andere Frage Wir sind gleich echt tot Äh Das ist eine gute Frage Ob das so war Ich glaube mal nicht Weil Problem ist Wir haben hier 7 Scheiben 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Also darf es nur bis hier Aber da frage ich mich jetzt Was habe ich denn da favoriziert Dass das dann nur Dann habe ich ja in der alten Welt Falsch gebaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Und dann kommt hier Was habe ich denn jetzt Was war das? Was ist denn das? Kann mir das einer bitte erklären In unserem Video? Das wäre toll Danke Äh So müsste das dann So Der kommt jetzt hier erstmal weg Der nervt mich So Ich würde sagen Ich mache mich da mal trotzdem mal Ein bisschen schlauer noch Und Würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Weil das war ja mehr ein Geplane und ein Gelaber Diese Folge Und Äh Ja Ich bedanke mich wie immer Auf jeden Fall fürs Zuschauen Bei euch Und Ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt ASK von Minecraft Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Tschödelü